Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead Episode 2. Und zwar reden wir dieses Mal mit Lily, nachdem wir ja Essen verteilen mussten und einen Mann vielleicht gerettet haben. Wir reden, wir sollten, ja, lasst uns, naja, du weißt schon, du und Kenny, ihr beide, ihr versteht euch nicht so. Wir sollten über dich und Kenny sprechen. Was über uns? Was über uns? Es geht ziemlich aus der Hand. Du weißt, dass Leute das sehen. Schau, ich arbeite meinen Mund, um sicherzustellen, dass wir ein gutes Setup haben und Kenny einfach das nicht appreciaert. Alles wir brauchen ist Essen. Aber es ist kein Essen. Du weißt das besser als jemand. Na ja, wir müssen nur noch etwas finden. Okay, tolle Unterhaltung über euch beide. Oh, ich kann irgendwie kein Deutsch mehr über euch beide. Gibt's das? Naja, keine Ahnung. Ähm, we should think about leaving here. Maybe we should think about leaving the Motel. God, not you too. I know Kenny wants to leave. I think that's why he's so eager to get the RV working. But this is a good spot. We're protected, we're close to the drugstore. We have a routine now and it's working. But now, keep an eye out. Fine. Ja, im Moment sieht es vielleicht noch sicher aus, aber ich weiß nicht, ob das so dauerhaft ist. Äh, talken wir mal zu Clementine. Ähm, geht's dir gut? How are you doing Clementine? Everything all right? Yeah, is that man going to be okay? Ähm. Sind wir ehrlich? Ich weiß nicht. I hope you will. Okay, Clam, komm. Komm, wir reden noch ein bisschen weiter. Da war doch noch ne Option. Ähm, hast du immer noch das Walkie Talkie? That thing doesn't work anymore, does it? No, not since it broke at the drugstore. Just gonna hold on to it then? Yeah, if that's okay, I, um, I need it. It's okay, hon. You said they'd find us. I know, I did. And until then... Look, uh, Clementine. I'm not stupidly, I know it's just pretend. But it makes me feel better. Okay, you take good care of it then. I will. You'll be okay over here? Uh-huh. I'll be okay. Okay. Clementine scheint... Will you hold the damn board steady? I'm trying. I didn't realize I was getting this weak already. What do you want? A hand out? Oh, I got 60 cents in my pocket. If you shut up and quit being such a pansy. Oh man, ich, ich, ich mag ihn nicht. Man kann ihn zwar verstehen in der Sache, dass er mir nicht vertraut und Lily schützen will. Und ich rechne es ihm eigentlich auch hoch an, dass er... Clementine, sich um Clementine ein bisschen Sorgen zu machen scheint, aber... Trotzdem ist er ein Arsch. Ähm... Wants to ditch? Wahrscheinlich rausschmeißen oder sowas in der Art. Lily denkt, wir sollten diese neue Leute rausziehen. Ja, ich bin richtig. Es gibt zu viele Leute, die hier rumhängen, wie es ist. Okay, ähm... Lily und Kenny müssen miteinander klarkommen. Lily kann seine eigenen Freunde machen. Es ist nicht um Freunde zu machen. Wir haben alles zusammen. Wir müssen uns anfangen, als er. Oh, was ist das alles? Wir wären gut ohne dich. Oh man... Ähm... Es tut mir sehr leid, aber das leider kann Essen übrig geblieben. Für dich. Sorry, Larry, da ist nichts left. Geh, pisse auf die Flagge, Poli. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your Axe. You might have to take it? Yeah, give us that thing for a bit. Ähm... Hm... Ich... 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 Ich geb's bestimmt nicht Larry. Der hat mir... Ich geb ihm keine Waffe. Ich... Ich geb ihm Mark. Der sieht etwas vertrauenswürdiger aus. Okay, hier. Hier, Mark. Das soll helfen. Danke. Hey, ich bin derjenige, der hier alles Arbeit macht. Du glaubst nicht, dass ich mir den Axe geben? Oh... Komm, Larry. Kacke etwas Lack. Er weiß, dass du gerade hier bist, um die Lilly zu schützen. Er hat mir gesagt. Wie er versucht, um die Clementine zu schützen. Er... Er... Oh... Ich brauche etwas Essen. Gehen zu so lange, ohne eine richtige Beobachtung, macht niemanden krankig. Ken! Lee! Komm her, bitte. Er hat es nicht gemacht, hat er? Er hat zu viel Blut verloren. Gott, verdammt! Ich fühle mich mit diesen Scheinen. Ken, komm zurück. Es ist nichts... Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Hallo, Kadja. Aber... Er braucht nur Zeit. Es ist ein schwerer Morgen. Den Mann, den du bringst, habe ich versucht. Aber er wird nie überleben. Nun, zumindest ist er kein Problem mehr. Was für den anderen Kind? Oh Gott! Äh, was muss ich machen? Kuhu... 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 Okay, und eh! Ey, 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 ey! Oh... Oh, was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Äh, 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 äh... Andy, ins Gesicht! Ins Gesicht! Was muss ich denn machen? Okay, und jetzt noch einmal da lang. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Geh weg! Geh weg! Dreht ihn! Dreht ihn doch! Dreht ihn! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich klicke hier einfach wie ein Verrückter! Äh, 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 äh! Out! Oh, er hat schon wieder hingefallen. Oh Gott! Äh, äh, Kuh! Kuhu-kuhu-kuhu-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-kuh! Nu mach doch! Oh! You okay? Yeah. Häh! Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down! You're gonna get us all killed! Wow! ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind alle infiziert? A lot of them Someone went in the girls' room the next morning and... God Back off! Wow lady relax! Me and my brother we just wanna know if y'all can help us out I said back off Carly I'm gonna find a great problem Mario You don't want any trouble? Of course, neither do we I'm Andy St John This here is my brother Dan We're just out looking for gasoline Looks like you folks got the motel locked down which is fine But if you could spare any gas Well, we'd be much obliged Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence Generators provide the electricity Our generators run on gas Look, we own a dairy farm a few miles up the road If y'all be willing to lower your guns We can talk about some kind of trade How are y'all doing on food? We got plenty at the dairy Oh, that passt ja ganz gut Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit I'm going with you I got your back if anything seems fishy So, uh... What do y'all think? Yeah, we come with You've got a deal We'll bring some gas to your dairy In exchange You give us some food to bring back We'll see how it goes from there Sounds fair A couple gallons should power one of our generators for a while Okay So, this dairy You guys really have food? Sure, Duke We lost most of the cattle But we still have lots of milk, butter and cheese stocked up And with the vegetables we grow We got plenty of food It's nice to get away from that motel for a while This Lily Kenny thing is starting to get ridiculous Personally, I'd be happier if you started to take charge more Um... Kenny keeps us motivated He believes in hope and knows how important it is for us not to give that up I can't fault him for that Or maybe you just don't want to be in charge Well... Not everyone thinks I'm so trustworthy Because of your past Does anyone else know? Larry weiß this auch Larry knows Great That can't be easy Limentine knows She was there when we were talking in the drugstore And asked me about it I couldn't mind to work What exactly did happen with the Senator? Ähm It was an accident I mean, I pretty much knew about the affair Sometimes I wonder if I should talk to the group about it You don't have to Whatever happened before things went to hell doesn't matter anymore Not sure everyone would see it that way Maybe you're right Listen, over the years I've reported on some pretty messed up shit I've seen situations like yours a hundred times It doesn't have to make you a bad man I am... I really appreciate that I mean, thank God Lee showed up when he did Right, Lee? Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? Ähm... Bin aufgewachsen... In Macon Right here in the heart of Georgia That's what I like to hear You all seem pretty settled in at that motor in Who's running things over there? Ähm... It's just a democracy, so more or less We work as a group All of us looking for each other I hear that There are so many dumbasses out there fighting each other these days It's just stupid How many people you got over there anyway? Ähm... Genug? Well, that's good It's getting dangerous out there Well, you guys know Well, we'd love to get you all out to the dairy Like I said, we got plenty of food And quite frankly We could always use an extra help in hand In the summers I used to help out on a goat farm Yeah, that's great Everything helps Mama's been running the dairy for... As long as I can remember But... Now it's... You think you're gonna cut me out of this? Shoot me down No one's trying to cut you out of anything You and Gary are always pumping this shit Fucking bandits Who? Those look like the people who raided my camp Come on man, your paranoia is pissing everyone Who are they? Fuck you! You knew we were hungry And you guys were keeping it off of yourself There's only two of them Oh no, there's enough more We ate it all What are you gonna fucking do about it? Don't worry, Danny and I got you covered if something happens But let's just wait this out and hope they move on Fuck you! Oh Fuck you! Fuck you! Jesus! Asshole! The world out here has gone to shit Come on, let's get to the dairy where it's safe Here it is St. John's Family Dairy You all can see how we kept this place so safe The fence keeps them out? You betcha They fry like bugs in a zapper We're pushing 4.000 volts through that thing With generators and amps I'm going to assume that's a lot Have you had any accidents? Nah It's safer here than out there This place looks untouched You never know the rest of the world is in ruins It's worth protecting Hence all the juice I thought I saw y'all with company coming down the drive Oh, hell Schreckliche Stimme I'm going to St. John And welcome to the St. John Dairy This here is Lee He's from Macon A couple of our old farmhands were from Macon They grow up good there They have a few more friends who stay at the old motel Oh my goodness, that place is pretty vulnerable Have you got someone with survival experience to lead your group? Ähm Wir arbeiten zusammen We work together Plus we've got plenty of people with military experience Well, that's good to hear That motel ain't the safest place Now that y'all are here We'll make sure you're safe and comfortable Äh Wir sind hungrig Wir sind hungrig Ah, our prayers have been answered Maybe our whole group could come For the day Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend and I prepare some dinner A big feast for all you hungry souls It'd be nice To have some folks to help out around here again Danny, why don't you come help me out in the kitchen? Why don't I head back with the... Ja Hier an dieser Stelle unterbrechen wir einfach mal mittendrin Ähm Ja Weil die 15 Minuten um sind Jaja Einfach mittendrin Ich bin böse, ich weiß Ähm Der Part geht dann Ich wollte eigentlich... Es hat alles ein bisschen verspätet reagiert Ich wollte eigentlich in dieser kurzen Pause eben dazwischen machen Dann hat Carly plötzlich angefangen zu reden Tut mir leid, dass ich mit einem Satz abgeschnitten habe Aber es ist einfach nicht zu ändern Ich hoffe ihr verzeiht mir Also bis zum nächsten Part, äh Der dann morgen kommt Bis dahin und Tschüss